der hier im Grunde genommen das Innere freilegt. So ist es ja bei dir auch gezeichnet. Und eine Scheibenutfeder, die ist wie eine Passfeder, die im Grunde genommen hier eingelegt wird und dann praktisch die Welle und die Narbe dann miteinander verbindet und eine Drehmomentübertragung dann hier realisieren soll. Aber wir hatten schon gesehen, dass diese Scheibenutfeder sozusagen, ja, wie soll ich sagen, im Grunde genommen hier bei diesem Bauteil nur eine Positionierung veranlasst. Das heißt also, wir brauchen offensichtlich, weil hier ja auch der Exzenter irgendwie das Steuerungsorgan ist, eine genaue Positionierung zwischen dem, was hier anschließt und dem, wo der Exzenter steht. Ja, so kann man sich das vielleicht so ein kleines bisschen verdeutlichen. Und jetzt will der also, und so musst du das jetzt lesen, und das werden wir auch mit dem Tabellenbuch gleich versuchen hinzukriegen. Das heißt also, die Passfeder, die fehlende Passung für die Scheibenutfeder, das ist ja gewissermaßen diese Breite hier. Sollen wir uns einig? Die sollst du jetzt bitte mal entsprechend nachtragen. Ja, so, ich lege das mal hier alles hin. Das ist ja alles, und ich nehme mal jetzt einen Rotstift, damit man sehen kann, was wir hier jetzt eben im Rahmen dessen, was die Aufgabe von uns verlangt, hier jetzt leisten sollen. Ja, so, und ich nehme mir auch gerne mal so ein Geodreieck dazu, und dann versuche ich es da mal hinzuzeichnen. Und dann ist ja in der Originalzeichnung hier gewissermaßen jetzt, na, komm mal her, dieses Maß dort angegeben. Richtig? Kann man das eigentlich einigermaßen erkennen? Okay, super. Ja, ich frage nur nachher, dann heißt es, nein, dann haben wir das Problem, dass wir es nicht sehen können. Das heißt also, diese Breite hier, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wo ich da was hinschreiben soll, na ja, die geben uns ja hier schon die Pfeile vor. Weißt du? Die sagen, dieses Maß sollst du bitte mal nachliefern. Ja, gut, das bedeutet für mich jetzt im Klartext, such doch bitte mal im Tabellenbuch Scheibenfedern heraus, oder? Okay, ich bin auch, ich versuche es auch. So, ich gebe alles, ich schnappe mir mein Tabellenbuch hier, ich lege das mal hier wieder mit ins Bild irgendwie. Und Scheibenfedern, hatten wir das letzte Mal vielleicht schon besprochen, das sind Normteile. Und Normteile...